Mein Name ist Stefan Menne, ich bin Produktspezialist der ECO Deutschland GmbH. Ich bin tätig in der Vertriebsniederlassung in Cuxhagen. Ich betreue hier auf der AG Technica unseren Traktor des Jahres 2010 ausgezeichnete Maschine, wo wir erstmalig in diesem Baubereich ein stufenloses Vario-Getriebe anbieten mit einem SISO-Power-Motor von 70 bis 110 PS.